Ähm... Ähm... Okay, Jen wird am weitesten weg sein, sehr interessant. Okay, ich will nicht mehr. Ja, ich will nicht mehr. Ja, ich will nicht mehr. muss anscheinend frontal aber oha es geschafft aus dem Schrank Respekt ohne Scheiß wieder aus dem Schrank schafft alter der ist aber jemand echt gut mit der Taschenlampe so ne Scheiß Wallabiller sogar kein Problem Moin ist sie wieder da drin da Donses Wegtunnel da für die böse böse Taschenlampe und hier eine hier eine geht noch jemand gegen auch nicht so weh man oh fuck So, time. Wollen wir gerne kaputt, kein Problem. Ja, gegen eine Hexe. Wer ist schuld? Sollten wir es nochmal sein lassen mit dem Blenden. Hm. Hopp. Nehmen wir das mal. Oh, das ist. Look up. Verpiss dich! Ohne Scheiße! Nope! Weg mit dir! Na, dann machen wir jetzt mal den Fallen! Gut, du bist nicht anders, ne? Ist mir so scheißegal! Mach dein DS! Was weg ist, ist weg! Oh, hast verkackt oder hast gar keinen? Tschüss! Weg mit die Viecher! Was weg ist, ist weg! Ah, der hat's gut! Weg mit dir! Danke fürs Freimachen! Kannst du schnicken! Kannst du schnicken! Weg mit dir! Nein! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Leck mich doch, ihr kleinen Viecher! Weg mit dir! Du musst nur die Palette ziehen! Du bist tot! Palette! Mach! Okay, man springt eiskalt von selber! Das Fenster! Das Fenster! Das hab ich nicht gut gemacht! Ein Glück kann man noch gar nicht haben, dass der eine gesprungen ist, oder? Sein Glück im Ferse mal haben, ne? Sein Glück im Ferse mal haben, ne? So! Komm mal dahin! Ach, da sind wir nur Mucken! Problem! Ist jemand trennt neben mir! Wie sieht das denn so Leute heute? Ach, noch ein DS! So! Das Recht von mir! Hier ist noch ein David! Hat ein DSCF hier gebracht! Nächste Falle hier hin! Keine Ahnung! Taschlampe! Das juckt mich schon nicht mal! So Kartoffeln sind hier eine große Fresse! Einfach nur eine große Fresse! So! So! Hier noch eine hin! Hier nochmal eine! Hier nochmal eine! Von hier kommen! Hier auch nochmal eine! So und! Wo kann sie von rechts kommen? Dann sollte sie hier nochmal eine! So und vielleicht vielleicht noch die rechts kommen? Moin, Ben's Landing. Bob gibt's Falle und die falsche Richtung gibt's ja. Bob! Mal die Falle hin. Nehm mich auf, da ist noch eine Taschenlampe, das stört mich nicht. Noch ein DS, wir haben vier DS geschluckt. Okay. Okay. Mein Problem. Da arbeitet jemand. Da war jemand mein Fall. Hallo David, hallo David. Ich hab die eigentlich nur an Schränken, Digga. Die sind echt gut mit Taschenlampe, man. Die sind echt gut. Und der eine versucht jetzt rauszukommen mit Taschenlampe. Wenn er das schafft, das wär krass Digga. Das wär krass. Auch die sind echt gut mit Taschenlampe aufstank. Aber, so, selbst mit dem Müll hier wegbringen. Oh, die beiden sind hier, das ist schön. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab's nicht vergessen. Jupp. Glück ab. Boah, fuck. Verarschen. Dann machen wir ihn rein. Ja, bald. Boop. Boop. B Навär nicht. Ein du kleiner Schlingel. Auf jeden Fall in einer Trupp. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, kein Problem. Ja, so fressen wir noch mal. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Die verleckte scheiße falsche Richtung. Wir haben Zeit. Und der eine hat Unbeutzung. Was ist das für ein Team, Digga? Scheiße, Keller, wieder. Tot, ne? Tot, ne? Ist er wieder reingegangen? Hä? Okay. Was war das denn? Hä? Was war ich eiserne Wille, tanzt du mir oder so? Was ist denn eh viel Kills, du gezählst? Nein, das ist für ein Zudem. Und ich habe den Job, wie mir die Zudem ist, ich bin es für einen Knie. Ich bin es für zwei, zwei, vier, vier ... Du Kartoffel Du scheiß Er will da mucken im Schrank Ich komm So was so gespeichert So was von Was für eine Kartoffel Hier geht man Dustin Hier geht man